Es ist der Traum aller Franzosen. Nach den EM-Titeln 1984 und 2000 ist der Gastgeber nur noch 90 Minuten vom dritten Triumph entfernt. Spätestens nach dem ersten Sieg seit 1958 gegen Deutschland bei einem großen Turnier sind Le Bleu im Finale gegen Portugal der Favorit. Die Fans sind euphorisch. Wir sind so glücklich, ein klasse Spiel. Grisou ist der neue Zizou, das ist Wahnsinn. Jetzt holen wir auch den Pokal. Mit so einem Team, wir haben alles, um im Finale zu siegen. Um den Titel zu holen, muss man allerdings erst noch Portugal schlagen. Trotz des 2 zu 0 über Deutschland und des vermeintlich leichten Gegners bleiben die französischen Spieler bescheiden. Ich würde nicht sagen, dass wir der Favorit sind. Es ist 50-50. Portugal hat ein gutes Turnier bisher gespielt. Sie haben klasse Spieler, genauso wie wir. Der Fokus am Sonntag liegt vor allem auf Antoine Griezmann oder wie er auch genannt wird, Grisou, dem Topscorer des Turniers. Aber ebenfalls im Mittelpunkt steht natürlich auch Cristiano Ronaldo, der auf Clubebene fast alles gewonnen hat mit seinem Land, aber dafür noch nichts. Auch wenn Frankreich den Heimvorteil genießt, lässt sich Portugal nicht entmutigen. Frankreich hat das Recht zu träumen. Sie spielen immerhin zu Hause. Aber wir dürfen auch träumen. Wir haben Großes vor. Wir kennen die Vergangenheit mit den Franzosen, aber das motiviert uns. Das macht uns stark und hilft uns, das Finale zu gewinnen. Portugal hat die letzten zehn Duelle gegen Frankreich seit 1975 verloren. Im Hinterkopf haben die Portugiesen zudem das verlorene EM-Finale von 2004 in Lissabon gegen Griechenland. Eine der größten Niederlagen ihrer Geschichte. Frankreich hingegen hat alle Turniere als Ausrichter bislang auch gewonnen.